Seht ihr schon auf dem Weg, oder? Ich bin ja bei Los Angeles. Okay, wir fahren geradeaus. 3, 2, 1, go, los. Das über Rot fahren. Nur nach links und rechts schauen und dann das über Rot fahren. Also einfach so drei Sekunden da stehen bleiben, weil man sieht das ja nicht. Viel zu lang. Rechts. Was machen wir danach? Wir machen geradeaus. Wir stellen uns dann alle auf den Dach, wo wir waren. Nee, hier hoch. Drei Fehlerpunkte. Ihr wisst wo ich bin, ich bin so ein Kapp. Ja, wir fahren schon geradeaus. Wir kommen ja gerade rein mit Jo. Ach so. So, geradeaus fahren. So, ich habe meinen Bestimmungsort erreicht. Also wenn ihr kommt, dann... Ja, sehr gut. Dinger, aus. In der Nähe von diesen Bergen. Oh, vier Fehlerpunkte. Oh, falsche Streifen. Fünf Fehlerpunkte. Schon fünf. Ich muss schneller mitstreifen. Oh, sechs Fehlerpunkte. Geradeaus. Ich bleib direkt an der Liste. Oh, nicht, nicht, nicht. Torian. Und wieder was kaputt. So, gleich links. Oh, zu schnell. Schnell, zu schnell. Noch ein. Sieben. Der Arme. Genau. Und dann gleich rechts abbiegen. Bei zehn wird er stehen gelassen. Dann kommt er nicht weg. Ah, ein bisschen weiter auf den Streifen. Bei den nächsten fahren wir bitte raus. Vakuum. Ja. Bei den nächsten fahren wir jetzt nicht in diesen Viertel herum. Dann suchen wir mal eine andere Richtung. Weil wir sind ja meistens noch hier. Hier rechts. Hier rechts. Hier rechts. Ihr habt euer Bestimmungsort erreicht. Einmal drehen. Oh, das war nicht gerade. Noch ein Fehlerpunkt. Und wieder zurück. Zum Parkhaus. Ich fahre hier schnell dahin. Oder? Ja. Warte, nee nee nee. Ich fahre mich jetzt mit. Falsche Straßenseite. Vieler Punkt. Echt. Weiter. Wir sollen hinterher fahren. Sag dem Bescheid. Der darf hinterher fahren. Und wenn ich losfahre, kommt keiner auf. Einfach hinterher fahren. So. Jetzt fahre ich mal hier diese Runde. Ob der. Ob der. So eine Runde fahren kann. Dass er gerade bleibt. Wollen wir auch ins Wasser fahren? Oh ne. Nicht so weit. Wir müssen hier wieder rauskommen. Ich weiß. Wir fahren jetzt einfach wieder nach rechts. Und dann rüber weg. Idui dui 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 dui. Ich warte, wir wollen Feuergas machen. Oh, wir wollen Rasen gefahren. Sie hat den Führerschein verloren. Wer? Ich? Komm hier. Weißt du, Fahri? Wer ist mir hinterher gefahren? Ich bin ja auch mit Rasen gefahren. Einfach so. So. Ab zum Parkhaus. Sie haben den Führer schon verloren. Sie haben den Führer schon verloren. Hat er verloren? Ich kann ja. So. Wie schnell die abgießen. Das war gut. Der war gut. Nicht so schnell es fahren, aber kein Lamm mehr. Die Arme. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Meinst du, mir kommt die hinterher? Ich glaub schon, weil die leichter ist das Auto. Die ist gefährlich. Ich glaube ich auch. Ja. Seid ihr eigentlich? Ach, ihr sitzt ja immer nach Berlin? Ja. Ich dachte ihr seid schon hier, weil wir irgendein hinterher gefahren ist. Soll ich mal ein anderes Auto holen? Ja. Ja. Wie viel haben wir denn? Ja. Was ist das? Die ist aggressiv. Kann lieber weg vom Stück. Einer, der in hier kann ich nicht. Da ist der Torwart. Der Torwart hat einen Karrobot mit einem Jetskate dran. So. Los geht's. Wer ist dran? Dani? Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich schreibe an die. Mit Y oder mit D? B A. Das ist dann okay. Alles klar. Und vom Partenhaus runter. Machen wir wieder mit. Warte, das ist ein Kiff, die überlaufen fällt. Halt! Wir sind. Das ist sowieso voll. Okay. Nein! Die Fallschwimmer ausgeworfen. Tut mir leid. Oh. Was ist hier denn? Einsteigen? Mach's denn kurz? Ja, kann's nicht mehr. Oh, wir haben ein Problem. Da kann ich einsteigen. Einer muss raus. Einer muss raus. Pete, geh mal raus. Genau. Lass ihn einsteigen. Dann fahren wir die erste Runde alleine. So, geradeaus. Los, Daniel. Kannst du losfahren. Jetzt gerade ohne ihn. Jetzt müssen wir gleich wieder da. So, rechts. Jetzt fahren wir rechts an. Links rechts schauen. So, und dann rechts wieder. Und dann rüber. Wunderbar. Und dann geradeaus. rechts. Und dann rechts. links wieder. Und geradeaus. links. Und links. Zwei nach links streichen. Oh, ne, ne, ne. Oh, eine ganze neue neue neue. Ja, genau. Da vor, in der Sekreie, und dann drüber. Und, fall aus. Wunderbar. Da, bis jetzt noch keine Fehlerpunkte. Alles in Ordnung. Gleich links, super, gefällt uns. Und gleich wieder links, wenn die nächste irgendeinem Dings geht, gibt's nichts zu meckern. Du hast hundertprozentigen Alkohol getrunken, aber trotzdem kannst du gut fahren, es gibt keinen besseren Menschen. So, jetzt sind wir gerade aus und dann, bevor Simon wiederkommt, äh, nach Simon, hat er einen schönen Tag. Ja, ich weiß nicht, was ich bin. Ja, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020